Hallo Leute! Na? Willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels! Mach einen Ball. Heute wie immer mit den tollen Level von heute. Hallo? Soll ich das echt? Junge! Oh nein! Oh! Hä? Was? Nein! Nein! Warte doch! Sie ist level maybe too hard for you. Watch my replay. Nee. Ja, genau. Okay, es geht. Ich mache einen Ball. Dann lande ich da drin. Und dann rolle ich runter. Ah ja! Hä! Exit ja und wie soll ich das... Was? Ach so! Das war nur ein Prank. Oh, die Arbeit ist so langweilig. Ich muss fliehen. Komm! Komm, komm, komm! Oh! Oh! Nein, nein, nein! Nicht meine Beine! Nein! Oh Gott! Ja, ich habe es geschafft! Okay, okay. Ja, ich mache es schon. Warte! Junge! Er ist zu... Och, er ist so doof. Warum bist du denn so blöd? Ja, das ist gut. Und... Ja! Nein, 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 nein! Perfekt! Was macht er denn da? Alter! Ui! Ja! Kann ich jetzt... Kann ich das fahren? Nee, er fährt von alleine. Okay. Ich halte mich fest. Oder nee? Nee, komm! Ich mache einfach mal gar nichts. Habe ich es jetzt geschafft? Ja! Ja! Das war cool! Weiter geht's mit Jetpack Pro! Ja! Das aktiviere ich mal! Space! Okay! Das wird... Das wird schnell gehen! Davon bin ich überzeugt! Schau dich das an! Sowas habe ich schon ganz oft geschafft! Ganz oft! Deswegen, ich bin da sehr begnadet! Ich... Ich schaffe das sogar! Obwohl ich meinen Kopf verloren habe! Mann, ey! Einzigartiges Talent! Wow! Ist das etwa ein Epic Grass Break Level? Ja! Steht da zumindest! Ich drücke einfach... Einfach immer nach vorne! Geil! Geil! Danke! Instant wieder eine Glasscherbe im Kopf, aber... Es... Es juckt Ihnen gar nicht! Es ist komplett egal! Guckt ihn euch an! Ihr würdet nicht erkennen, ob der schon mal ein Glasstück im Kopf hatte, oder nicht? Ey! Wie viel? Ey! Ich habe gerade auch drei Stück drin! Sieht auch keiner in der Facecam! Oder, Leute? Seht ihr das? Seht man das? Äh... Ich glaube nicht! Ich sehe es nicht! Also könnt ihr es auch nicht sehen! Ja! So! Okay! Das haben wir! Alter, Vater! Bisschen Anschwung! Und... Ja! Sekunde! Nochmal! Ja! Mensch! Macht Spaß! Ja! Bitte! Mann! Wie oft... Cool! Machen wir das halt zehnmal! Oh! Ich habe es! Ja, die sind toller! Die sind einfacher! Da hatte ich gerade schon wieder eine Glascheppe in meiner Fresse! Wunderbar! Wundertoll! Komm! Timmy! Alles okay bei dir? Ja! Scheint so! Okay! Was tue ich denn da? Pack das aus meiner... Nein! Nein! Oh Gott! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Und... Und... Mensch! Das Level wird immer spannender, Leute! Haltet euch fest! Greift jetzt nach eurem Tisch! Und schaut bei der geballten Ladung Action zu! Oh na! Nein! Nein, Willi! Was tust du? Du bist doch so scheiße! Ich mag dich nicht mehr! Ich dachte, du bist... Ein richtig harter Brocken! Ja! Das darf ich... Nicht zerstören, oder? Nee, darf ich nicht! Okay! Noch was? Hallo? Ja, klar! Oh Gott sei Dank! Try, try again! Was möchte uns dieser Auto damit sagen? Versuche, versuche wieder! Soll ich es versuchen, bevor ich es nochmal versuche? Macht sogar Sinn! Okay! Hallo! Das ist mein erstes Level! Und... Hä? Das ist mein erstes Level? Er hat nur zwei andere gemacht! Aber das war ein Impossible Level! Ich bin nicht... Hey! Okay! Also das ist vielleicht ein bisschen falsch übersetzt, aber... Klingt auf den ersten Blick etwas dull! Aber vielleicht bin ich auch einfach nur dull! So... Ja, komm, Alter! Das schaffe ich... Mann, das ist ja... Das hat auf jeden Fall was in den... In den Trends von Happy Wheels zu suchen! Vor allem bin ich einfach verkackt! Man muss hier nur einmal geradeaus fahren und ich sterbe dabei! Alter, ey! Bin ich ein scheiß Müllhaufen! Leute, ich sollte meinen Kanal schließen! Ich mach das! Tschüss! So, ich bin wieder da! Aber ich mach doch weiter! Komm schon! Ja! Ich lass mich fallen! Nein! Nein! Und... Yeah! Wege, um Trump zu töten! Ach du Scheiße! Okay! Ne Sniper? Ja! Was macht der Komet dann da? Das verstehe ich nicht! Ja genau! Ja klar! Alter, als ob! Was hat der Typ denn falsch gemacht? Dass dadurch Happy Wheels abkackt! Oh! Jetzt kann ich das neu laden! Äh! Äh! Okay! Dann wollen wir mal... Trump töten! Bumm! Mensch! Da ist der dir gut geklappt! Dann... Harakiri! Alter! Das war effektiv! So was ist... Go Clinton! Ja! Der wird einfach reingeballert! Okay! Okay! Mutter Natur! Ja! Wie oft willst du den denn noch runterholen? What the fuck? Und wer ist das? Miley! Okay! Ahaha! Okay! Ja! Tolle Umsetzung! Da ist scheinbar schon wieder das ganze Teil abge... Ah ne! Okay! Nochmal Glück gehabt! Oh! Ein Bottleshooter! Version 2! Bottleshooter! Ja! Ein Shooter! Ich muss... Alle Flaschen... Was? Wie geht das denn? Hallo? Muss ich die anklicken oder? Ah! Ja! Muss ich echt? Ja! Was ist das denn? Okay! Dann das! Dann das! Dann das! Da ist eins! Und wo ist das andere? Ja! Lol! Lol! Wie ich's wusste! Nice! Rückwärts! Was... Soll mir das sagen? Oh! Hä? Dann festhalten und dann nach hinten oder was? Wie soll ich denn da... What the fuck? Warte mal! So! Ich muss doch irgendwie bestimmt da dran kommen, aber wie geht das? Scheiße! Komm und... Ja! Genau im richtigen Moment drehen, dann müsste es gehen! Das war ein krasser Rhyme! Komm bitte! Oh! Ja! Alter! Das war knapp! Oh! Das taue weh! Eine Obkause! Okay! Ich weiß nicht, was das ist! Aber bestimmt etwas Tolles! Ja! Gut! Hab mich nicht erwischt! Aber das... Ach! Das fuckt einen doch jetzt schon ab! Junge! Kannst du bitte mal... Weil... Keine Ahnung! Kannst du dir mal bitte dickere Reifen kaufen? Oder hast du kein Geld dafür? Scheiß Schmarotzer, ey! Kurz ein bisschen Anschwung nehmen... Ja! Krass! Das geht! Ich hätte nicht gedacht, dass ich so stark bin! Ja! 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 Okay! Sag mal, warum ist denn hier eins nerviger als das andere? Das wird mich töten! Das wird mich auf jeden Fall töten! Na komm! Na komm! Ja! 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 Nein! Nicht dran vorbei! Oh mein Gott! Ich bin... Verflucht! Versuche den Token zu bekommen! Das klingt interessant! Okay! Willkommen to try getting the Token! Alter! Als ob! Oh mein Gott! Was war das für ne Scheiße! Wie ich hier... Mann! Wie ich das gerade direkt... Oh! Geschafft habe! War scheinbar auch gar nicht so schwer, wie ich erst dachte! So! Das habe ich auch überlebt! Kommt noch was? Ja! Da sehe ich schon das nächste! War ein bisschen naiv! War ein bisschen naiv! Wow! Wow! Okay! Das hätten wir... Ich glaube, da gibt es nur noch eins, oder? Und das war... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Als ob! Scheiße! Wie soll ich das denn jetzt... Ach du Scheiße! Oh nein! Ja! Oh Gott! Als! Was soll das? Ich dachte ich jetzt... Gut! Jetzt weiß ich's! Ja lol! Genau! Hey! Was willst du tun von mir? Klar! Jetzt lebe ich damit! Alles klar! Wie das rum... Alter! Wie das wackelt! Wow! Wow! Ja! Komm schon! Oh Gott! Geh einfach weg! Sehr schön! So! Jetzt gehe ich da runter! Und dann baller ich mich direkt nach oben! Komm! Komm! Wie habe ich das... Wie habe ich das denn gemacht? So! Okay! Noch! Nein! 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 Oh Gott! Harald! Jetzt komm noch! Du bist so ein Stück Scheiße! Jetzt komm noch! Komm noch her! Er wurde getriggert! Hey! Ich weiß aber nicht warum! Wo hätte mich das jetzt gekillt? Was das? Ja! Ach du Scheiße! Also das war echt ein cooles Level! Und zu guter Letzt! Töte den Lehrer! Wie soll ich das tun? Oh cool! Das ist ja... Wow! Hast du Glück! Das ist ja mal ne geile Umsetzung! Wie das war schon? Ich wollte aber alle töten! Ja! Das war ein cooler Tod! Genau in seine Scheißfresse! Okay! Das ist... Sehr gut ist das! Nein! Die Lehrerin zuletzt! Nein! Die Streberin in der ersten Reihe hat es überlebt! Was soll das denn? Genau! Ihr könnt ja... Ja klar! Alles da hinten rein! Warum auch nicht? Ihr könnt ja schon mal die tollen Links anstarren! Die da gleich auftauchen werden! Und dann... Ja! Hoffentlich auch gleich anklicken! Kannst du bitte mal... Mann! Junge! Ach komm! 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 Ja! Das ist lang gedauert! Aber okay! Dann bewerten wir den Part! Guckt euch wie gesagt die tollen Links hier an! Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Video wieder! Tschüss! Bis dann! Battleshooter! Battleshooter!